Zu frieren reichen meist lange Hosen, eventuell aus angerauten, warmen Stoffen. Strumpfhosen oder Leckins unter den Hosen können, aber müssen nicht sein. Viel wichtiger ist es, die Füße zu schützen. Socken werden häufig sehr heute aus einer Mischung aus Chemiefräser und Wolle hergestellt, wobei eben die Wolle wieder viel Schweiß aufsaugen und wärmfreien Schatten hineinbringt und die Chemiefräser für eine Flugstabilität sorgen. Und zu guter Letzt noch eine Mütze auf den Kopf und dann geht es endlich ab nach draußen.